Hallo, ich bin der Max. Ich komme aus Monze, aus dem schönen Salzkammergut. Ich bin Mural Artist und mache die Wahl für die erste Bank. Das Mural steht unter einem großen Leitsatz. Das ist Glaub an dich. Die Frau glaubt an sich, die durchbricht die Mauer, die Steine fliegen, die Farbe sprüht. Zum Betrachten gibt es die Wall in der Hollandstraße direkt am Donaukanal. Schaut vorbei und gebt euch das Spätakto. Bis zum nächsten Mal.